Hallo Leute, hier Erik Meier. Du willst ein perfektes Heimkino in XXL Format? Dann brauchst du einen Beamer, wie zum Beispiel für den BenQ W4000i. Unglaublich scharfes 4K. Die neueste 4-LED-Technologie. Dynamisches HDR und natürlich 100% Farbe. Und das Schöne ist, dank Android TV 2.0 kannst du sogar Kinofilme streamen. Also, du brauchst einen Beamer? Geh zu beamer24.de. Das sind die Experten. Die können dir mit solchen Fragen helfen. Geht hin. Viel Spaß beim Gucken. Liebe Grüße, Erik Meier. Ciao, ciao.